In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da, dank dir bin ich... Guten Morgen ihr Lieben, ich sehe voll tot und kaputt aus. Wir sind auch gerade aufgewacht. Und wir sind momentan so gestresst. Mein Ladekabel von meinem Macbook ist kaputt gegangen, weil es halt zu heiß ist. Dann musste ich ein neues kaufen für knapp 100 Euro. Und da kam gestern der Abruf, dass wir Besuch aus dem Irak bekommen. Für ein paar Tage oder Wochen ist noch nicht sicher. Und zwar von meiner Schwiegerin, die Schwiegermutter, mit dem Sohn. Ja, das kam jetzt natürlich überraschend. Und dementsprechend musste ich jetzt ihre komplette Wohnung auf den Kopf stellen und sauber machen bis zum Geld nicht mehr. Also wir haben gestern schon angefangen, also ich, ich habe wirklich jede Ecke sauber gemacht. Heute geht es dann weiter, aber das hilft mir heute. Heute machen wir das Badezimmer sauber, schieben die Couch nach vorne. Mit dem Wischmuff müssen wir halt überall dran. Und danach wollten wir einen neuen Couchtisch kaufen. Ja, das passt jetzt perfekt, dass wir Besuch bekommen und wir haben keinen großen Tisch. Da müssen wir halt auf dem Boden essen. Aber oder meinte, die essen eh immer auf dem Boden, deswegen passt das. Ja. Wie sonst, ähm, muss ich, zum Glück habe ich diese Matratzen nicht weggeschmissen oder in den Keller getan. Weil die brauchen wir ja jetzt dann, ne. Aber ich brauche halt auch Spannbetttücher. Und wir haben keine Bettwäsche. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen sollen. Ich muss mal gucken, was wir da haben. Eine Bettwäsche oder ein, ähm, ein Decken. Und wir schauen. Ich stimme euch auf jeden Fall heute mit. Heute wird's ein bisschen stressig. Übrigens habe ich sogar mein Edelbesteck rausgeholt hier. Das habe ich, ähm, zu meiner Hochzeit von meiner Mama bekommen. Also das und vieles mehr. Die anderen Sachen habe ich benutzt außer das jetzt. Und das habe ich jetzt auch rausgeholt, weil mit dem anderen war ich jetzt gar nicht mehr zufrieden. Ähm, da waren jetzt zwei, drei verschiedene Löffel, Abelformen und sonst was. Und hier ist jetzt alles einheitlich. Deswegen passt das perfekt. Übrigens bereite ich gerade Frühstück vor. Und Dina wollte unbedingt die Prinzessinnenkleid anziehen, ne. Und, ähm, ähm, ähm. Warte. Warte. Warte, 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 warte. So. Da. Mama hat, ähm, ähm, ähm. Und übrigens, Haken hat heute Geburtstag. Also, Stress pur. Ich schlafe heute bei meiner Mama und dann komme ich morgen früh direkt wieder zurück. Mama, ey. Aber, happy, happy, Mama. Ja, ihr habt Geburtstag, ne? Happy. Ich mache mir Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday, too. Ja. Happy Birthday, too. Happy Birthday, too. Happy Birthday, you back home. Happy Birthday, too. Happy Birthday, too. Hi, 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 hi. Wir müssen doch einen Kuchen kaufen heute, ne? Ja, nein, aber... Nein, ihr könnt doch nicht seinen Kuchen selber kaufen. Ja, auch mal gucken. Yes, I do, I do. Happy birthday to you. Nein, Emmi. Happy birthday to you. Emmi, nimm den. Das ist nicht. Emmi, Emmi, Emmi. Tja, das ist echt weg. Gut. Der Hund, Emmi. Ami, nein, Mami. Doch, das. Und ich mache noch eins mit dem Zett. Mit Marmelade. Okay? Abgemacht? Ja, Bub. Mann, nee, Mann. Das mache ich mit Butter, Lena, ja? So viel Frischkäse ist auch nicht gut. Ja, das mache ich jetzt halt. Wo ist Butter? Butter. Butter. Ja, Butter. Wow, Butter. Okay. So, Butter. Ah, nee. Ah, nee. Emmi, Emmi. Ich merke, wie es ist. 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 Wir müssen auch ganz viele Getränk kaufen. Was war das für ein Geräusch? Du warst. 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 Du warst 들어가. So, ich habe jetzt das Badezimmer sauber gemacht, die Fliesen, das Fahrt, alles Mögliche. Das spätstelle ich später raus, hier hinter und so. Ich habe es alles rausgeholt und sauber gemacht. Ich bin auch total kaputt jetzt. Also es gibt keine Ecke, wo ich jetzt nicht sauber gemacht habe. Die Waschmaschine werde ich auch anmachen, aber nicht jetzt. Und den Boden muss ich noch mischen und die Toilette muss ich noch sauber machen. Oh, das zieht gerade noch ein. Ja. Ansonsten, Staub gesaugt habe ich auch angeblich. Ihr seht, Nina hat wieder einiges auf den Boden geschmissen. Ich weiß nicht, was das ist. Die Küche ist eigentlich auch aufgeräumt. Ich muss nur noch ein Stück, das sind noch ein paar Sachen. Und ich habe mir ein Wasser gemacht mit Eis. Das Eis ist natürlich geschmolzen, so wahr die Wohnung jetzt auch ist. Genau. Ich habe Nina gerade eben zwei Eier gemacht, die hat sie gegessen. Und sonst sieht es wohl so, dass es halt katastrophal aus jetzt. Aber da hilft mir auch der, ich muss noch die Fenster putzen und die Wäsche aufhängen, die sieht man draußen noch. Also ich habe noch genug zu tun. Dina, guck mal. Wo ist Knöte? Hier ist keine Knöte. So, wir haben jetzt einen Tisch gekauft. Zwei Spannbettische, die wir gebraucht haben. Und jetzt schaufen wir hier, Auder will mit seiner Schwester und dann kommen wir nach Hause. Dina, warte mal kurz. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Auto. Auder holt den Tisch ab. Und danach müssen wir auch einkaufen gehen. Ich hoffe, wir machen das jetzt sofort, weil wir haben schon 15 Uhr und ich glaube, meine Motorhaut ist so 15.30 Uhr, 16 Uhr. Und ich muss angeblich noch die Fenster putzen. Das schaffe ich gar nicht. Ansonsten soll Auder das einfach machen. Und den Boden müssen wir auch noch mischen. Ja, ansonsten mache ich das als Morgen. Also wenn ich zu Hause bin. Ich habe gar nicht erzählt, wer kommt. Auf jeden Fall, der Job erzählt, wer kommt. Ja. Die haben jetzt ein Visum beantragt, haben auch bekommen. Und jetzt wollen die ein bisschen in Deutschland spazieren. Was ist? Wie soll das? Fühlst du aus? Ja, mach ein Auto aus. Voll Schluss. Geht nicht. Schatz, geht nicht. Was? Geht nicht. Ich kann nicht mal das. Mama. Mama. So ihr Lieben, ich habe euch ja erzählt, dass ich momentan nur noch am Putzen bin. Da unser Besuch morgen kommt. Deswegen haben wir uns mit Auder überlegt, dass wir jetzt hier die bunte Couscous-Gemüsepfanne machen mit Hirtenkäse, roten Frühlingszwiebeln und Paprika. Einige haben mich gefragt, wo denn das Rezept steht hier. Ich wollte euch das kurz mal zeigen. Also hier steht, dass das 30 Minuten dauert, Stufe 2, neu entdecken, leichter Genuss und vegetarisch. Zeit sparend. Hier stehen dann die Zutaten, was ihr alles braucht. Und wenn ihr das dann umdreht, stehen hier die einzelnen Schritte, ganz detailliert erklärt. Hier steht dann, wie viele Zutaten ihr braucht für wie viele Personen. Und hier stehen dann zum Beispiel für zwei Punkte und braucht ihr zum Beispiel eine Orange, eine Paprika, sorry, eine Zucchini, zwei Tomaten, eine Karotte, eine Knoblauchzeh, Gewürzmischung. Die Gewürzmischung ist übrigens auch mit drin. Dann 150 Gramm Couscous, 10 Gramm Petersilie, eine Frühlingszwiebel, 150 Gramm Hirtenkäse, Gemüsebrühe, Öl, Salz und Pfeffer. Das ist zum Beispiel nicht mit drin, weil das hat man ja eigentlich immer zu Hause. Und hier stehen die Zutaten für drei Personen, für vier Personen. Dann steht hier, was ich auch total gut finde, die durchschnittlichen Nährwerte pro 100 Gramm zum Beispiel. Und hier steht dann, wegen den Allergenen, Weizen, Senf und Milch. Ich wollte euch das wirklich mal kurz zeigen, weil einige gefragt haben. Und hier steht, also das ist immer so ein Tipp, was man machen kann, wasche Gemüse und Kräuter ab und tupfe die Kräuter mit Küchenpapier trocken. Zum Kochen benötigst du außerdem einen kleinen Topf, eine große Pfanne und eine Knoblauchpresse. Das finde ich total gut. Den Knoblauch, den Gutschein-Code blende ich wie immer ein, der ist immer noch gültig. 30% auf die ersten zwei Boxen. Und ihr könnt dann auch direkt bestellen. Ich finde die Rezepte, wie gesagt, bombastisch. Das sind perfekte Sommerrezepte. Die sind nicht zu deftig und schmecken top. Also ich kann es nur empfehlen. Vor allem das hat auch sehr, sehr lecker geschmeckt. Eigentlich mag ich keinen Avocado, aber das hat so, so lecker geschmeckt. Also ich kann es euch nur empfehlen. So, ihr Lieben, wir haben gerade gegessen. Wir haben unseren Tisch aufgebaut. Ich zeige euch den mal kurz. So, das ist unser Tisch. Der hat 119 Euro gekostet. Ich glaube 119. Ich weiß nicht mehr genau. Dann habe ich die Nacht wieder natürlich alles hier kaputt gemacht. Aber egal, ich freue mich als morgen auch. Kein Bock mehr, echt. Dann habe ich hier zweimal, ähm, wie heißt das, Schwandertücher mitgenommen. Und den Kühlschrank haben wir jetzt auch gefüllt, damit wir auch nichts brauchen. Und ich bin echt kaputt. Das sieht man mir, glaube ich, auch an. Aber es ist auch warm. Ach, ich muss die Decken noch rausholen. Ich merke mich gleich, ja? Schau, ihr Lieben, ich bin jetzt mit dem größten Teil fertig. Ich muss nur noch kochen. Den Boden müssen wir erwischen, aber das macht auch, wie hat er mir gesagt. Dadurch müssen wir unseren Balkon sauber gemacht, komplett. Also auch außen die Fenster und ich habe drin die Fenster, während das ist. Ich habe gerade gestaub saugt und bin kaputt. Oh, der meinte, ich soll einen Kartoffelsalat, äh, Kartoffelauflauf machen. Ich weiß auch nicht warum, oder der meinte, der mal die mögen das, dann lebe ich das auch. Was, ihr Schatz? Du hast gerade gemalt. Nein. Guck mal, wir kriegen jetzt vielleicht Besuch und... Nein. Wir kriegen jetzt vielleicht Besuch, Taser Gelsie. Genau. Mir ist es halt wichtig, wenn die hier reinkommen, dass es ordentlich ist. Und danach kann mein Kind machen, was es will. Ich werde jetzt nicht sagen, Nina, nein, du darfst das und das nicht machen. Und mir soll jetzt auch keiner ankommen mit, äh, warum habt ihr denn kein Hotel, äh, keine Ahnung, kein Hotelzimmer gemischt oder so. Äh, was wollt ihr? Was? Und, ähm, nehm, nehmt ihr in eurer Zwei-Zimmer-Wohnung auf. Leute, das nennt man Gastfreundlichkeit. Wir haben hier zwei Matratzen. Äh, ich finde unsere Wohnung nicht zu klein. Es gibt Leute, die wohnen, äh, zu zehnt in einer Ein-Zimmer-Wohnung. Deswegen, also eure Kommentare könnt ihr euch sparen. Ich weiß nämlich, dass es ein, zwei Leute gibt, die sowas schreiben werden. Was ich sehr schade finde. Ich hoffe, ihr werdet nicht mal in so einer Situation stecken. Naja, schade um eure Denkweise, würde ich mal sagen. Aber ich bin froh, dass die hier sind. Und, äh, die wollen ja auch in ein Hotel. Äh, aber erstmal sollen die hier hin, weil, Hotel ist auch schwer, ne? Wenn die jetzt ins Hotel gehen, dann müssen die, äh, jedes Mal draußen essen. Und das wird auf der Rotte richtig teuer. Mal schauen, wie wir das machen. Die sollen erstmal heile ankommen. Die sind schon gelandet. Von der Stunde. Mal schauen, wann die jetzt da sind. Ich denke mal, so in einer Stunde, anderthalb Stunden sind wir auf jeden Fall da. Ich möchte mich auf jeden Fall gleich bei euch wieder. Wir sehen uns, unser Besuch ist seit gestern da. Ich habe gar nicht gefühlt, weil wir uns natürlich um die hier gekümmert haben. Wir haben gestern lecker gekocht. Wir haben auch Geschenke bekommen, voll lieb. Ähm, Alina hat einmal dieses Set bekommen. Das ist ein Kleid mit einem T-Shirt. Dann hat, ähm, die kleine Maus auch was bekommen. Und zwar Ohrringe schon mal. Dann habe ich eine, äh, Uhr bekommen. Voll, also wir haben wirklich, äh, nichts erwartet. Weil wir haben trotzdem was bekommen. Dann hat Lina Hausschlappen bekommen. Ähm, genau dieselben wie ich. Also das im Kleinen. Ja, ich habe gerade die Wäsche aufgehangen. Die, achso, wer übrigens da ist, ähm, das ist von meiner Schwägerin, die Schwägermama. Habe ich euch das erzählt? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist sie total lieb. Und, äh, sie meinte auch, sie will heute kochen. Wir haben Fleisch rausgeholt. Wir waren gerade am Leihmarkt spazieren. Ähm, auch der hat von dem Sohn so ein T-Shirt geschenkt bekommen. Und ein Parfüm. Und Lina hat noch dieses Kleid bekommen. Gestern Abend waren wir übrigens auch draußen. Wir haben sie in zwei Simp-Karten gekauft. Damit die erreichbar sind. So, einmal das. Ja, die sind auf jeden Fall jetzt einen Monat in Deutschland. Ich leg mich mal so hin. Ähm, ja, so lange geht deren Visum. Und dann fliegen die auch zurück nach einem Monat. Und sonst, ich habe gerade die Schränke ganz unten, äh, die Schubladen sauber gemacht, damit die ihre Klamotten da rein tun. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts. Die haben heute im Wohnzimmer auch den Matotzen geschlafen. Ähm, wir haben ja dann gefrühstückt am Morgen. War ganz schön. Ja, und wenn sie gleich kocht, hoffe ich, dass ich das aufnehmen kann. Ich glaube, sie weiß noch gar nicht, dass ich YouTube-Videos mache. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Lina ist, ähm, am Malen. Wir müssen auch gleich duschen. Aber der ist mit dem Jungen, also mit dem Sohn, äh, gerade ein bisschen rausgegangen. Ich glaube, die gehen Shisha rauchen. Aber der taucht heute auch frei und morgen muss er dann wieder arbeiten. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts. Das war's. Ich versuche, euch ein bisschen mitzunehmen. Die Koffer stehen übrigens hier. Und Lina ist da am Malen. Lina, macht es Spaß? Nein. Nein? Warum malst du dann? Malen. Ja, du bist am Malen. Malen, Lina, malen. Nein? Haha. also dann macht jetzt hier fleisch und hier wird gekocht ihr habt einen kleinen ausschnitt gesehen ich wollte jetzt nicht die frau gestern filmen und die unser besuch ist jetzt draußen mit lena im park ich habe mich frisch gemacht und ich habe meine beine appelliert wenn besucht das geht das ist schlecht und ich merke wie war mir eigentlich ist und ich kann auch nicht hier halb nackt rumlaufen das ist echt eine herausforderung für mich gerade weil wir haben fast 40 grad und das ist echt sehr sehr schön ich meine dachgeschosswohnung ist ja sowieso immer war naja abends haben wir zum glück den ventilator also nachts wenn wir schlafen ja auf jeden fall sind unten im park mit unserem besuch und heute wird fasziniert gemacht die frau hat schon hier fasziniert ins wasser getan jetzt gehe ich auch mal schauen was sie machen ich habe mir ehrlich gesagt jetzt auch ein kleid angezogen war mir so egal mir ist so warm vielleicht treffe ich mich mit meiner mama ach übrigens ist unser auto jetzt auch kaputt deswegen bin ich auch so ein bisschen gestresst das auto ist dann auf der autobahn ausgegangen das ist kein gutes zeichen ich hoffe nur dass es jetzt nicht zu teuer ist wenn sonst wieder so eine sache genau da wo du es brauchst naja ich würde sagen ich möchte mich einfach gleich wieder oder morgen wieder ich weiß es nicht ist es halt einfach doof wenn du nicht aufnehmen kannst zu hause aber es tut mir leid ich werde jetzt schon fragen wie bleiben wir noch das weiß ich nicht eine wohnung kriegen wir hier sowieso nicht weil die kein wenn nur einen monat lang visum haben und eine pendlerwohnung ist viel zu teuer 1500 euro wollte einer heute 50 euro pro tag und das ist arsch treuer für eine zwei zimmerwohnung hier ja hotel kommt auch nicht in frage da müssen die ganze draußen essen deswegen haben wir erstmal keine wahl die bleiben jetzt erstmal hier und dann schauen also bis gleich